Ellie Kentrick ist eine britische Schauspielerin. Leben Ellie Kentrick wurde im Juni 1990 in der britischen Hauptstadt London geboren. Ihren ersten Schauspielauftritt im Fernsehen hatte sie bereits im Alter von 14 Jahren als junge Greta in der Fernsehserie Waking the Dead im Auftrag der Toten. Kurz nach ihrem Schulabschluss an der benennten School in Cannes spielte sie die Hauptrolle der Anne Frank in der Miniserie The Diary of Anne Frank. 2012 und 2013 war sie als Alisson in zwei Folgen der britischen Fernsehserie Being Human zu sehen. Im Jahr 2013 stellte sie in fünf Folgen von Misfits Helen dar. Direkt nach ihrem Abschluss in englischer Literatur an der University of Cambridge im Jahr 2013 bekam sie die Rolle der Mehrarit in der Dramaserie Game of Thrones. Neben ihren Auftritten in Film und Fernsehen ist Ellie Kentrick in verschiedenen Theaterproduktionen zu sehen. Sie trat unter anderem in Prison Pest, The Law Road und in The Republic of Happiness im Royal Court Theater auf. Außerdem war sie im Theaterstück Romeo und Julia im Globe Theater zu sehen. Filmografie 2004 Waking the Dead im Auftrag der Toten 2004 Doctors 2006 Heißer Verdacht Das Finale 2007 Louise der Oxford Krimi 2009 The Diary of Anne Frank 2009 Uneducation 2010 Rückkehr ins Haus am Eaton Place 2012 Cheerful We are for a wedding 2012 bis 2013 Being Human 2013 Chickens 2013 Misfits Seit 2013 Game of Thrones Untertitelung. BR 2018